herrliches wetter da kriegt man direkt lust hier die terrasse oder eben die outdoor bereiche neu zu gestalten passend dazu gibt es ganz ganz tolle bodenfliesen hier im fließen outlet reeling hallo guten morgen charglo grüß dich hallo guten morgen mike bei diesem schönen wetter ich wollte gerade sagen stehst du hier genießt die sonne ein wenig ja die scheint mir genau die augen das ist so schön warm und ist schon schön kalt ist es aber du hast gesagt die sonne scheint es ist herrliches wetter und es geht heute um outdoor bodenfliesen jawohl es geht um zwei zentimeter fließen die man an den stelzen auf split in kies und so weiter verschiedene an verlegen kann und wir haben da ein super angebot in zwei zentimeter in 60 x 60 zum preis von 27 95 und wir bekommen diese woche jede menge rein und wir können also die dinger sofort liefern und in drei farben haben wir die da im moment und wir können einen preis von 27 95 machen wie gesagt pro quadratmeter und wir können auch noch ein bisserl prozente machen aber wie gesagt wir warten darauf dass die heute oder morgen eintreffen und wir würden uns freuen wenn die kunden kommen und sehen was das ein tolles material ist das ist durchgefärbt dort glasiert und es rektifiziert also das heißt scharfkantig und wir haben die stelzen dabei und wir können auch den split dazu liefern also wir haben alles vorrätig was man braucht das rundum sorglos paket sozusagen jetzt hast du gesagt das heißt die ware kommt man muss zu sagen klar auch ihr habt momentan die ein oder andere problematik die zu lösen ist was neue ware angeht jawohl es ist so dass italien zu ist spanien zu ist aber dass sich langsam vielleicht noch mal öffnet aber man kann da nichts genaues sagen man weiß einfach keine sagen man ist da abhängig von den informationen die man jeden tag kriegt und wir kriegen aber das ist sicher dass es avisiert wir kriegen also diese zwei zentimeter rein und so dass man die zum ende der woche auf jeden fall da haben also was gesagt drei farben hast du da das ist einmal diese hier jawohl und dann da drüben geht es weiter das ist die atlantik und die die beton sondra das heißt diese farben sind auf jeden fall vorrätig und können quasi direkt käuflich hier bei dir im fließen alle training erworben werden ja wohl mega preis 27 590 gesagt und es gibt sogar noch das einzelne andere prozenten oben drauf jawohl jawohl das ist immer abhängig davon wie viel quadratmeter jemand nimmt aber ein bisschen was machen wir schon also es lohnt sich und ja bei dem tollen wetter da kriegt man sich lust den außenbereich zu gestalten und du hast das nötige material perfekt jawohl ich würde mich freuen wenn die kunden kommen wir haben auch verschiedene andere formate das dauert noch ein bisschen später bis die kommen aber wir haben ein riesen angebot von den terrassenfliesen einfach mal vorbeikommen noch besser ist am besten anrufen weil es gibt neue öffnungszeiten jawohl wir sind jetzt im april leider durch diese korona krise haben wir geöffnet von montag bis samstag von 8 bis 13 uhr durchgehen und wenn ein kunde anruft und will termin machen 068 35 601 171 und dann können wir auch mal halbe stunde stunde länger machen wir sind also da schon flexibel flexibel und man muss auch keine sorgen machen um mindestabstände hier ist wirklich riesengroßes lager das heißt also da hat man automatisch schon immer einen mindestabstand weil eben die fläche so groß ist dass man sich quasi eigentlich gar nicht sieht wenn da zwei drei kunden drin sind wir haben eine ausstellung das sind 1200 quadratmeter und wenn zwei drei kunden da drin sind ist das also nichts weil die sind so weit auseinander und wir informieren nach die leute und wir haben da auch handschuhe liegen und wir haben desinfektionsmittel und wir weisen die leute darauf hin dass es für sie und für uns für alle gut ist wenn man diesen abstand hält so ist richtig also boten fließen mega angebot 27 95 plus rabatt der dann mit schon claude und seinem team ausgemacht wird schon claude vielen dank verraten noch ganz kurz wo müssen wir den die leute wissen dann nach rehlingen in die nordstraße 2 und da musste hin fließe outlet rehlingen da sage ich nichts mehr zu vielen dank bleibt gesund bis dann schau